Also vorgestern war mir so ein Typ, der hat irgendwie gesagt, ich hab das Worst Team Ever und er hat irgendwie so gar keine Kills, keine Assists, sieben Kills, acht Kills, und er leistet da gar nichts. Aber er ist sehr arme, klar. Dass er mit solchen Leuten spielen muss, ist, kann ich mir nicht zumuten. Ja, er muss halt mit Leuten spielen, die ihm die Kills wegnehmen. Ja, das geht ja auch nicht. Tja, wieder die Frage, nehm ich Setscha oder nicht? Äh, ich weiß nicht, ich hab ihn ganz gern dabei, aber nur, aber ich, es kommt nicht. Ja, was soll's. Ich hab gerade überlegt, da kann ich auch Twitch nehmen, dann ist, aber dann war er schon wieder weg. Jetzt ist die Frage erledigt. Sag doch was! Nö, ist wirklich in Ordnung, wir haben jetzt keine festgelegten. Aber noch ein Plan B und C, kein Problem. In der Regel so. Da war überlegt, ob ich Ash nehmen. Hast du diese Map? Ich find die saugut. Spiel richtig gerne. SCO sind sie nicht. No, CEO. Ja, dachte ich mir, weil da hab ich's irgendwo gehört. Fangen wir mal hoch. Oh, ist die Südseite, okay. No, ich muss weiter Game Boy spielen. Oh! Oh, where they are, mate. First door, man. Oh, okay. Okay. Überall da hinten runter, da komm ich mit euch da hinten runter. This is... I wanna try something stupid. Hier wollte gerade einer ein Fenster verstärken. Du stand hier einfach mit dem rücksten Fenster. Hier kann gerade einer an und wollte ein Fenster zumachen, da hab ich noch einfach weggeholt. Also, ich seh hier niemanden. Ich weiß nicht, ob das bei euch für so aussieht. Ich häng direkt vor dem Behälter. Ist auch nicht. Ich, ich hör drum mal. Also, ich weiß nicht, was die hier machen. Einer liegt im Südwesten vom Raum. Direkt hart rechts bei der Igel. I'm gonna... I'm gonna decoy. Hier ist noch einer. Me, me, me. Sehr schön. Bearing 9 so direkt ins Gesicht, ist echt hart. Super. Super Ansagen. Voll das Geile war, es hat eigentlich für zwei Räume gezählt. Weil der eine lacht rechts rum, der nächste lacht rechts rum. Ach, guck mal, wir haben das ganz allein gewonnen. Ja. Easy. So, wo sind wir denn jetzt? Das ist bei Cafeteria. Ach ja, hier. Ich geh auf jeden Fall mit Lesion, würde ich sagen, nach oben. Ich krieg dann die Luke im Notfall wieder auf. Mhm. Kamerra hat man uns schon weggenommen. Ah, komm. Das hör ich gerne. Wenn wir bei der Oben sind, dann wird bestimmt keiner von oben angreifen. Ich habe jetzt gerade überlegt, hat Luke eine Granate? Nee, ne? Doch. Ruke hat Impact. Ich muss überlegt, ob ich ihn nehme. Das wäre dann gar nicht so verkehlt gewesen. Ich habe auch aber nur zwei Wochen mit seinem Astralkörper, bis er oben ist. Egal. Ich habe die Zeit. Ich genieße die Fahrt. Gucken wir noch ein bisschen Landschaft an. Es steht zum Aufzumat, als er hochfährt. Alter, der erschießt hier gemalte Vögel. Was geht denn mit dem? Alter, was? Ich gehe mal lieber hinten rum. Ich habe Angst, vor ihm lang zu gehen hier. I'm just giving it a new design. Ah, we're artists. Yes. Oh shit. Can I help from Rotogra? Of course you can. Wir sind echt gut drauf, ey. Weißt du, die war nicht so nervig, ey. Ich habe an jedem Eingang eine Gubi gelegt, Gunnar. Bei einer Drohne? Ja. Ja. Alter, irgendwer... Ich hasse Leute, dir die Kameras zerschießen. Wo war'n das? Das ist hier unten im Raum. Okay. Interrogation, guys. Da höre ich gerne. Über uns sind noch zwei, Gunnar. Drei. Klar ist es unten. Die rennen da noch planlos rum. Dann lassen wir die mal noch. Sind auf der Empora oben wahrscheinlich, ne? Ja, ja, vermutlich. Aber es ist deren Zeit, nicht unsere. Ah, Frost, can you go on camera? Bei dem Einfahrstuhl hör ich immer. Hä? Die Tür ist noch zu im Gang. Okay, unten sind auch die frei. They're broken on the third floor. Ja, she's auf die Kugelsicherkamera. Ich weiß, die Frage, kommen die von hier oben überhaupt nicht? Hier, ich weiß nicht, was das ist. Der Raum. Bei der Kamera stehen die... Komm durch so ein... Da sind die. Das sind zwei Stück. Bei der Kamera stehen die Namen mit von den Räumen links. Achso. Gut zu wissen. Ich hab hier den Füße gesehen durch die Tür auf dem Gang. Okay, also im Aufzug ist es auf jeden Fall Thatcher. Bei euch. Thatcher in the elevator. Oh, he's dead. Yeah, I killed him. Ach nee, unten in der Mitte unter dem Kompass steht der Name. Interrogation again? Yeah, baby. Interrogation. Okay. One-off-four remaining. Oh, he got me killed, man. The button upstairs. On me. There's a hatch there, by the way. Okay, I'm trying to get here. Oh, da ist jemand in meiner Gummina hier vorne gelatscht. Immer durch die Brühe. Gunnar, die ist hier oben. Die ist hier oben. Was? Er hat in die... Die ist... Die Küche gedroppt. Ja, ist okay. Dann bleib unten. Dann bleib unten. Lauft mal, ich komme die Treppe wieder hoch. Die ist nämlich oben gerade in einem meiner Fallen gelatscht. Hast du ne Ahnung wo? Goldfische. Leuchtfische. 15 seconds. Ja. Nice. Super. Da wusste ich nämlich nicht links oder rechts. Da hast du Fische gesagt. Da dachte ich, ah, dann gehen wir rechts. Alles klar. Ja, war super. War super. Hat zwar diesmal keinen gekillt, aber... Ja, das war Absicht. Ich wollte von Anfang an umlaufen. Deswegen bin ich in die Küche gesprungen. Ja, das wusste ich. Das ist völlig klar. Ja, ja. Ich kenne doch dein taktisches Verständnis. Ja. Und du weißt, wie sehr ich dich darum beneide, dass du... Ja, immer aus Zufall das Richtige machen. Ich meine, du spielst ja mit Absicht nur so, dass wir uns ein bisschen besser fühlen. Das weiß ich doch. Ich bin frei, das so zu sehen. Alright. Hatten sie das letzte Mal, ne? Das wäre doch nicht verkehrt mit Thatcher. Sie sind wahrscheinlich immer der CEO, weil da waren sie vorhin schon. Oder jetzt auch in der Küche. Aber das andere ist eigentlich völlig ausgeschlossen. Bei dem Random-Generator hier. Ja, bloß weil du das gesagt hast, sind sie jetzt in den Medien. Ich fahr direkt mal hin. Warte, ich bin da. Nee, in den Medien sind sie Gott sei Dank nicht. Therum auch nicht. Äh, Küche. Verdammt, dann hat er recht gehabt. Ich fahr da mal nach oben. Ich fahr da mal nach oben. Oh, das wird schon Spaß, ne? Ich hab ihn nochmal getroffen. Okay, ich will hier irgendwas liegen mit einer Schottgum. Also fahr ich noch hoch? Die Küche ist da unten. Ich bin scheuer, oder? Wolltest du die Drohne sichern? Ja, nee, genau. Ich wollte hier oben gucken, damit wir hier angreifen können. Genau. Ich bin nicht von einer Millisekunde da weggeholt worden. Wobei jemand plötzlich disipiert. Aber jetzt wissen wir gar nicht, wo das... Küche. Ah ja, hab ich ja gerade gesagt. Ja. Also oben sehe ich gerade keinen. Vollzeitgedächtnis. Die haben da aber, ähm... Ne? Hab keinen Fallen. Das war das Wort. Hier oben? Ja. Kann die aber irgendwie nicht gut reißen. Leuchtfische Türen und so waren... Okay. Im Gang ist erstmal keiner gewesen. Da hab ich zumindest keinen gesehen. Die scheint sich auch nicht hier oben... Okay, ich fahr jetzt mal bei Leuchtfische rein. Nein, auch nicht. Okay, Media ist... Ich fahr mal in der Innenstadt bei Media rein, ja? Media sieht auch leer aus. Okay, ich komm runter. Okay, ich fahre. Oh, mein Gott. Oh, shit. Sorry. I tried to, to, to break the window. I jumped in front of it, but you're drunk. Oh, mein Gott. Oh, hollway, hollway. Oh, hollway, hollway. There's a fucking Echo drone there, man. Oh, my God. Oh, my God. Das ist der Junk an, seine Muschüsse. Ich denke, ich trage den nicht hin. Bist drin, Gunnar? Ja. Dann hat Echo gegenüber von mir die ganze Zeit am Boden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, wenn ich jetzt hier reinspringe? Weiß ich nicht. Eigentlich dürfte es ja keiner sein. Sicher lieber durch die Luke von... Ah, ist ja schön. Sehr schön! GG, guys! GG, again! Yes! Easy! He's happy again. Oh yeah! Wanna stay again? Wanna stay again? I'm staying. Yeah. Okay, dann nicht. Nein, ich war's. Cool. Cool, cool. Ja, wir sind dabei. Sehr cool. Be right back. Bye! No! Genau. Ja, ich sag, be right back. Ja, ja. Das hat sich mal sehr angenehme Mitspieler, aber echt selten, ne? Ja. Aber wenn, dann läuft's immer irgendwie, weil... keine Ahnung. Vonfilmm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020